Willkommen zu unserem speziellen Guide der ADAC Superplätze an der Ostsee. Heute nehmen wir euch mit zu sechs außergewöhnlichen Campingplätzen, die perfekt für den Familienurlaub sind. Unser erstes Highlight ist das Ostsee-Camping-Familie Heide in der Eckernförder-Bucht. Dieser weitläufige Campingplatz direkt am Meer bietet eine Fülle von Aktivitäten und Animationen für die ganze Familie. Mit direkten Zugang zum Strand und einem vielfältigen Angebot, das von Spielplätzen bis hin zu modernen Sanitäranlagen reicht, ist für jeden etwas dabei. Weiter geht es mit dem Camping Miramar auf Fehmarn, einem idyllischen Ort, der Ruhe und Abenteuer vereint. Der gepflegte, ruhige Platz liegt direkt an einem langen Sandstrand mit einer surf- und segelfreien Badezone, ideal zum entspannten Spielen. Besondere Highlights sind die Massagemöglichkeiten direkt am Platz und die platzeigene Kite- und Surfschule. Auch auf Fehmarn gelegen besuchen wir als nächstes den Camping- und Ferienpark Wulfener Hals. Dieser Campingplatz bietet Wassersportlern ein exzellentes Revier zum Surfen, Kiten und Welten. Mit einem eigenen Golfplatz, einem breiten Sport- und Unterhaltungsangebot sowie einem Wellnessbereich mit Sauna, bietet der Wulfener Hals klubähnliche Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. Weiter geht es in den Südosten der Insel. Das familiär geführte, sehr gepflegte und ruhige Insel Camp Fehmarn bietet einen Wellnessbereich mit unterschiedlichen Saunamöglichkeiten sowie Ruhezonen mit Blick auf das Meer. In der Hauptsaison sorgt ein Animations- und Zirkuszelt für Unterhaltung. Unser nächstes Ziel ist das Rosenfelder Strand Ostsee Camping. Ein sehr gepflegter Urlaubsplatz direkt am Ostseestrand mit allen Annehmlichkeiten und einem umfangreichen Freizeitangebot. Hier finden regelmäßig Abenteuer für Kinder statt und es gibt sogar ein Hundetraining mit einem Trainer. Zum Abschluss besuchen wir den Campingpark Kühlungsborn. Ein Platz, der mit seiner direkten Strandlage und großzügigen, bestens ausgestatteten Standplätzen begeistert. Ein reichhaltiges Animationsprogramm für Groß und Klein, ein umfangreich ausgestatteter Kinderspielplatz und die Möglichkeit zum Sub-Verleihen machen diesen Platz zu einem perfekten Ziel für Familien. Die Nähe zu Wander- und Radwegen geht zu Erkundungstouren in die malerische Umgebung ein. Das waren unsere ADAC-Superplätze an der Ostsee, die deinen nächsten Campingurlaub unvergesslich machen werden. Welcher dieser Plätze hat dich am meisten angesprochen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht zu abonnieren, um kein Update zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Ja, danke für diese 뭔en Anforderungen! Danke!